Ja, grüße gut, Mädel und Buben, hola, oder wie man in Mexiko sagt, weil heute fahren wir nach Mexiko und machen etwas so Wunderbares. Carnitas. Carnitas heißt kleine Fleischstückchen. Das ist so die mexikanische Version von Pulp Pork, die wir hier auf Weizenfladen haben. Unglaublich gut, das riecht. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das gemacht haben. Viel Spaß dabei. Was heißt viel Spaß auf Spanisch? Muchos. Muchos Spassos. Ja, was brauchen wir jetzt für unsere Carnitas? Ein bisschen eine brüchige Stimme habe ich heute, weil ich erkältet bin und hier die Atemwege da ein bisschen verstofft sind. Und dann brauchen wir natürlich ein gerathängendes Bild. Habe ich noch ein Anschluss gekriegt, dass das scharf gehängt ist. Jetzt zeige ich euch aber die Zutaten. Ein Schweinefleisch brauchen wir. Das ist ein Nacken- oder Halsgrad, wie man in Bayern sagt. Könnt ihr auch Schulter nehmen. Wie viel Kilo? Steht unten, Daniel Zett. Es sind 2,4 Kilo. Lorbeerblätter. Dann habe ich jetzt hier mal geräucherte Chilis, Habaneros und Chalapeños. Könnt ihr rein tun, wer es nicht so scharf will. Und da hat es immer ein bisschen Raucharoma. Ich nehme hier diese Pimenton hinein. Dann brauchen wir Knoblauch, haben wir 6,10. Eine Orange zum Auspressen. Bio-Orangen in Scheiben geschnitten. Wie viele sind das? Zwei? Drei. Drei. Hat nur die großen Scheiben. Ja. Ein Öl zum Anbraten. Hier geht es weiter mit Frühlingszwiebeln, Avocado, Limette und Zwiebel. Salz, Pfeffer, Kumin. Dann in Mexiko tun wir da Koriander drauf. Wer wie ich nicht Koriander-affin ist und das gar nicht mag, kann auch Petersen nehmen. Dann eine Cola und Mais-Tortias. Aber ja, gar nicht so viel, gell. Die Mais-Tortias, die sind nicht so gekaufte. Ich werde in einem der nächsten Videos zeigen, wie man Tortias selber macht. Da nehmt es natürlich die her, gell. Und das wissen wir als erstes auch das Fleisch-Schnieder-Metzel. Ganze Fleisch schneiden wir hier in so grobe Würfel. Einmal so. Dann so. Und dann so. Also das soll jetzt dann alles so ungefähr die Größe sein. Der ist fast ein bisschen groß, gell. Also da wird es degress. Fett lassen wir dran. Ist in diesem Fall ein Geschmacksträger. Also nochmal ungefähr so. Und so. Und dem ein und ein. Da machen wir jetzt das ganze Fleisch mit solchen Stückchen. Jetzt sind wir draußen. Also ihr merkt schon, es ist nicht wirklich hoch. Hier habe ich ein mise en place gemacht, gell, auf meinem, wie soll ich sagen, Assistentengrisch. Da haben wir alles schön hingestellt. Weil als erstes werden wir jetzt im Touchofen als Öl erhitzen und unsere Fleischstückerl schön anbraten. Die sind richtig farbgrün. Jetzt darf ruhig hier den Boden bedecken. Man sieht, das zieht schon Schlieren. Ich glaube, das ist schon was, oder geil? Und los geht's. Ich verabschiede mich jetzt. Tonmäßig von meinen Zuschauern. Weil jetzt wird's geil ziemlich spritzeln. Das ganze in einer Lage ist. Also wir werden das auch zweimal machen ein bisschen. Der Touchofen ist ein 12-Zoll FT9 von Petromax. Oder von anderen Firmen. Werde sind ein 12-Zoll. Da wir nach dem Anbraten weniger Hitze brauchen, könnte man jetzt unten ein kleiner Kohlenring liegen. Oder wir machen es ganz anders. Wir stellen den dann hier in unseren Keck. Der hat's gerade hoch. Hier unten noch wieder Kohle drin. Für meine Freunde, die sagen, im Touchofen muss Kohle dabei sein. Also da ist jetzt Kohle dabei. Sonst gibt's nach wie vor, was ich sage, dem Touch ist es wurscht, wo die Hitze herkommt. Da drin wollen wir haben, so 120, 130 Grad. Weil da kommt das Zeug dann danach rein. Aber da kommen wir dann später drauf. Jetzt werden wir weiter brutzeln. So, wie man sieht, der Freund hat den. Man hat da außerdem der Hitze. Aber, ja hervorragend. So, das jetzt noch von allen Seiten. Und dann die Freude mit dem zweiten. So, unsere zweite Runde ist fertig. Dann werden wir die erste Runde durchführen. Und dann werden wir dann hier unüblich liegen. Knoblauch. Ein bisschen Salz. Und gettern. Das kann man dann auch immer noch ein besserer nachwürzen. Jo, Kementon. Wenn wir hier so einen gestrichenen Löffel voll rein, die Löffel. Man nimmt dieses dann auch Esslöffel nicht mehr. So kommt die Löffel rein. Schauen wir mal so zwei Löffel rein. Einer, zwei. Die Folgt von unseren Lorbeerblättern. So, jetzt nehmen wir Cola rein. Was ist das? 300 Millimeter, oder? Das ist unser Orangensaft, oder? Ja. Der ausgepresste Orangensaft. Und natürlich ein Schuss Limette dazu. Und jetzt kommen unsere Bio-Orangen. Und die tue ich im Prinzip auch nochmal auspressen. Also, zack. So hat die Kamerafrau angesprest. Und lass aber die Schalen drin. Deswegen haben wir da Bio-Orangen gebraucht. Weil die gehen dann nochmal ein bisschen den Geschmack ab. So, jetzt sollte das Ganze normalerweise bedeckt sein, das Fleisch. Weil die Flüssigkeit bis hoch kommen. Das sind wohl jetzt nochmal ein bisschen Wasser. Und los. Jetzt gibt da Wasser. Na, seht ihr, jetzt kommt das hoch, die Flüssigkeit. Jetzt haben wir da noch ein kleines Liter Cola dazu. Dann haben sie insgesamt ein halber Liter ungefähr. Kennt man ja bei uns, geht das Cola gleich. Also, rühren wir durch. Sag's euch, das riecht schon. Und ich finde, das schaut da gut aus, oder? Natürlich. Nachverteilen. Was passiert jetzt? Jetzt kommt der Deckel drauf. Und dann soll das Ganze ungefähr drei Stunden bei, jetzt nicht super heißer Hitze, vor sich hinschmoren. Wir stellen das Ding jetzt in Keck. Ihr seht, also. Wedermäßig ist das jetzt nicht so toll. Ich hab vorher gesagt, zu 120, 130 Grad. Der Keck steht hier, Deckelthermometer auf 150. Auch das geht noch. Dann machen wir ihn auf. Den Rost haben wir ganz unten. Und da stellen wir jetzt unser Tatschöfelchen hinein. Und da machen wir zu. Drei Stunden Pause. Cool, oder? Was? Geil. Supergeil. Was machen wir jetzt? Einen Kaffee, oder? Wir machen einen Kaffee. Wahnsinn, schaut mal das Wetter an. Da wär's jetzt im Elch. Jetzt hab ich den Keck, den da draußen da reingeholt. Was haben wir? 150 so was. Da ist er jetzt drin. Ich kann euch sagen, es riecht teuflisch gut. Und es schaut auch gut aus. Da brauchen wir eigentlich jetzt gar nichts machen. Deckel drauf. Deckel zu. Und dann schauen wir in eine Stunde wieder rein. Jetzt war es ungefähr eine Stunde. Genau. In eine Stunde schauen wir noch mal rein. Zwei Stunden gegangen. Hier riecht's saugut. Und wir schauen jetzt mal rein. Wir sind schon sehr weit. Weil, das soll man ja fast wie so ein Pult Pork, man sagt, das ist das mexikanische Pult Pork, zupfen können. Also ich denke, eine halbe Stunde noch. Zwei und halb sind ins Land gegangen. Und dann können wir hier die letzte Phase einleiten. Mh. Ein bisschen scharf. Da werden wir jetzt nachsalzen. Und, was wir noch machen können, wenn man gar Cola nimmt, ein bisschen Zucker rein da. Auch gut. Jetzt muss ich ein Stück runter zupfen. Sehr gut. Mh. Das ist geil. Das ist normal, aber nicht fertig. Das ist sogar richtig geil. Was wir jetzt machen, ist, wir lassen den Deckel vom Topf weg, erhöhen die Hitze etwas, indem wir halt einfach die Lüftung aufmachen und lassen es jetzt noch mal eine Viertelstunde vor sich hin schmuggeln, damit die Sauce sich ein bisschen reduziert. Das ist so gut. Es riecht immer noch gut. Jetzt ist das insgesamt drei Stunden drin. So was. Jetzt machen wir mal auf. Jetzt haben wir hier einen Effekt, den wir sehen, dass das Fleisch nämlich ein bisschen braun geworden ist. Und genau das wollen wir. Jetzt werden wir aber als erstes mal das Fleisch raus. In eine andere Form. Und, äh, werden es dann rupfen. Wie ein Pultpark. Also das Fleisch haben wir jetzt rausgeholt. Wenn da mal so ein Zwiebel dabei ist, das ist kein Problem. Sauce lassen wir drin, machen wir den Deckel zu. Jetzt gehen wir rupfen. Und dann kommt das Fleisch gleich wieder rein. Wenn wir das jetzt hier zerrupfen. Das muss nicht so super fein sein. Aber es sollen schon die Fasern erkennbar sein. Wisst ihr, warum das so klappt? Weil es auf dem Brett mit der Saft drin ist. Und das natürlich in der Mitte ein bisschen nachgibt. Beziehungsweise abgefräst ist. Jetzt haben wir es fertig. Der Zausl drinnen ein bisschen nachgearbeitet. Schaut her, jetzt ist es wunderbar. Liegt es vor uns. So schaut das jetzt aus. Oder jetzt geht es wieder raus am Grill. Ja, unser Fleisch liegt jetzt da. Da drin kocht die Sauce wie so. Dann nehmen wir jetzt mal so einen Schöpfer ab. Und den und den ohne Zwiebel. Da mal da so. Machen wir mal drüber. Wir wollen jetzt, dass das Fleisch braun wird. Weil es sich natürlich nicht austauschen. Deswegen. Dämmen wir da so ein bisschen was drüber. Die dämmen wir raus. Und jetzt, aufgemerkt. Stellen wir das einfach. Da drauf. Vorher ist es gegangen. Wom geht es jetzt nicht? Jetzt stellen wir das da drauf. Jetzt schauen wir, dass wir das einigermaßen so hin kriegen. Dass wir den Deckel zu kriegen. Was meinst du? Viertelstunde? Viertelstunde. Maximal 20 Minuten. Dann können wir loslegen. Jetzt werden wir unsere Garnitur herrichten. Und dann holen wir das wieder. Jetzt schauen wir nochmal rein. Was ist vergangen? Viertelstunde? Viertelstunde. Seht ihr? Ich glaube, das kann man so lassen, oder? Da sollen wir es noch ein bisschen bräunen lassen. Weil gebräunt. Großartig. Und jetzt sind die 5 Minuten dabei. Und jetzt holen wir es raus. Egal wie es ausschaut. Schaut das gut aus. Was sagst du? Die schaut ja richtig gut aus. Was wir jetzt machen, wir holen es raus. Da ist ein bisschen Soße drin. Wir mischen das einmal kurz. Oder sollen wir die knusprigen Sachen umlassen? Knusprige Sachen, das war oberbekehrt. So was. Unten drunter ist noch ein bisschen was von der Soße. Und ganz drunter im Topf, da ist auch noch eine Soße. Oben von der Soße nehmen wir uns noch ein bisschen was mit, weil die ist ein bisschen eingedickt. Und jetzt gehen wir basteln. Jetzt haben wir alles hier drin. Jetzt ist Basteltime. Vor mir liegen die Tortillas, die Weizenfladen. Dann haben wir die warm gemacht. Und dadurch machen wir das jetzt. In einem der nächsten Videos höre ich, wie man solche Fladen selber macht. Das sind jetzt aber gekaufte und los. Also, Fladen. Ich glaub, da nimmt man Fleisch dazu, oder? Bestimmt. Da nimmt man Fleisch dazu. Wer das riecht. Das riecht ja so gut. Die rollt man ja nicht auf, oder? Die macht man ja so halbert. Langt das? So. Da drauf. Tun wir hier ein bisschen Avocado. Da her. Dann ein paar Flingszwiebeln. Gefolgt von. Also, das ist der Dingens. Der Koriander. Den lag ich da. Ich tu ein bisschen mehr drauf. Und jetzt, wer mag, und ich mag, kommt noch ein Sprutz. Wie Sven sagen würde. Limette drüber da. Und ein Klecks von der eingedeckten Sauce. Man kann ja irgendeine andere Salze drauf tun. Wie auch immer. Ja, und so schaut's aus. Wenn's fertig ist, unsere Carnitas auf Maisfladen mit grünen Sachen. Grüne Sachen sind Avocados. Äh, Petersil. Beziehungsweise Koriander. Wer's mag. Viele mögen's. Ich hab da ein Problem damit. Und Frühlingszwiebeln. Und jetzt. Das mach ich nicht gern, gell? Das sag ich euch. Aber ich probier's noch mal. Hm. Hm. Ja, und dann hab ich natürlich noch das Getränk. Äh, der Mexikaner trinkt natürlich normalerweise ein mexikanisches Bier. Hab ich nicht. Böser Fehler. Hab kein mexikanisches Bier da. Aber ich hab auch ein anderes Bier da. Ein Märzen vom Großbräu. Hey, die Wurz. Steht nicht genau drauf. Ist aber ein Zuschauer hier. Und da bedanke ich mich auch recht herzlich dafür. Und das probier ich jetzt. Ist zwar Februar, aber man kann's auch den März trinken. Also man kann's den Februar und den März trinken. Auf dem Drehungen hat's ihn. Ist ganz klar geschrieben. 5,5. Das ist ja harmlos. Jetzt er da aus. Komm, kein Mensch lesen. Ist das klar. Aus Teuerlingen kommt das. Also schau. Die Teuerling ein gescheites Bier machen. Hm. Die können ein gescheites Bier machen im Teuerling. Äh. Schmeckt wie Münchner März. Oder war weniger am Drehungen. Sehr gut. Ja. Wir sind am Ende. Hasta luego. Bis bald. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann Daumen hoch und nicht einen Kommentar. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt ihr unten aufs Logo. Und holt das nach. Und ansonsten, ja. Es ist gut. Wir zeigen. Hasta luego. Hasta la vista. Da muss man Baby sagen. Hasta la vista. Baby.